ja wir sind angekommen meine lieben freunde wir sind in niederlande hof von sachsen die sie immer rein zeige euch mal häuschen ja parken ist nicht im hier im hof also muss man rausfahren die am extra so parkplätze da drüben wir haben jetzt 16 uhr 15 haben geparkt da drüben die klamotten eingeräumt und jetzt schauen wir uns mal die hüte an komm mal rein die sie ab kleine empfangshalle hier zu gerade schon sachen eingeräumt haben wir hier toilette was haben wir hier kleiner abstellraum stefan hier soll der staubsauger das ist gut das ist gut ok da ist er wieder der robin muss mein wlan muss einfach nur anmelden das wlan ist auch sehr gut unsere küche papas vorrat kühlschrank ist auch schon voll was denn ach das vom kamin mikrowelle ja halt eine schöne küche alles super dunkel die ziel licht ja mein e-roller habe ich auch mit bisschen e-roller fahren ist wichtig für brötchen holen oder so können wir auch raus dass die selbe tür hier noch mal auf 0 5 war so nah gewesen kann zu machen ja auch seit die sie geht da nicht dran die unterkörbchen raus ok schöne große couch hier haben wir ein gaskamin den kann man hier steuern der geht schon an wenn ich in der nähe kommen ach wenn man in der bewegungsmelder kannst du an aus machen was passiert denn da auch gleich unsere beiden hunden haben wir auch wieder dabei war charlotte schon am naschen ja die argentina ok manchmal lichter damit man besser sieht auch gleich oben noch mal licht an den garten grill ist auch mit dabei hier genau ich bin fußball ist schon richtig schön der mit sechs personen aus schiff an die freundin kommt auch morgen 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 kriegen wir noch besuch ja 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 so nehmen wir nach oben casey weiß los ist gut kann ich ein führer oben ja geht doch da haben wir alles ne ja aber alles wir machen mal lichter genau vorsehen hier ist mein schlafzimmer das meins ist einmal die programme checken sie mal nur einräumen ein rietdach lecker lecker ja badezimmer das ist eine kleine sauna wenn du da reingehst kannst du nur da rein ja die wurstle an die einmal reicht mir nicht reinsetzt ja so eine sauna und eine wordpool dusche also die letzte habe ich schaum reingehauen ihr habt das dinge gesprengt das machen wir diesmal hier willst du schlafen ok ok wetten sind schon gemacht das ist gut schon mal sehr gut klar ja diese woche kommen wieder schöne videos ich werde mir Mühe geben auch drinnen beim schwimmen aber das wirst du ja von uns ne mal schöne videos machen ist das nächste doppelzimmer aber jetzt kann ich leider doch da ist ein kleiderschrank die diese soll doch nicht hier hoch her ja die soll nicht ja sehr schön das haus sind sehr zufrieden jetzt gucken wir uns heute abend noch den park an hier tragst du doch einfach guck mal da ist zu steil für die aber gibt es auch so ja dann lass doch einfach die tür zu ja dann lass doch einfach die tür zu er macht die tür zu jetzt was sagst du? wackelig wackelig? ja also nicht gut hier ist auch ne ja so ein bisschen abgeranzt meint ihr der sessel leistet ja genau der sessel ja so abnutzungsspuren sind halt ne ist teurer als centerpark hier ne auf jeden fall da kann man ein bisschen was erwarten hier von dem laden ne so jetzt ist das kleine video vom haus fertig heute abend 20 uhr wie gewohnt komme ich wieder live ne was denn? die couch ist gemütlich die couch ist gemütlich sehr schön mach ich sofort ey das ist ja mein schatz so so er hüpft da rum so viel spaß mit dem video wir sehen uns ciao